Die kommt dann zu deiner Bohne und schnippst dich dann weg. Ja. Ja, aber von den Mirabai Stolperfass habe ich das Kostüm, aber nicht diesen Tanz da. Ach, zieh du auf Engel. Ja. Den Weg da. Du hast mich geblockt, Kate. Videobeweis? Ja, schicke ich dir. Das war kaputt. Hast du nicht mit gerechnet, oder? Nein. Ich komm schon vor mich. Ich hab die Kurve zu weit genommen, scheiße. Ja. Hättest du mich nicht geblockt, wäre ich auch vom Ziel schon. Bist ich doch. Das bin ich Kult, genau. Ja. Irgendeiner muss ja schuld sein. Ich hab die fünf falsch, ne? Ja. 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 Wieso? Oh, da geht der bei Mainfull raus. ich glaube es war deine map ja vier fünf klicks bei ziele wenn du es macht nimm einen aufs ende division mit oder am besten zwei der wix hat mir den schwanz geklaut ich habe das wenn du spielst ja dann nimmt zwei erde division spieler da ist in zielen damit erstmal nur vorlagen macht und zwei karten und du musst zehn partien aufspielen mit zwei division spieler in deiner stadt 10.000 zusammen musst du irgendwas wenn man da was abfuscht haben ist mir irgendwas Strecke und drückte Zielgruppe im Zirkus es ist bei uns muss man schon nicht auf andere Themen ja auf andere aufpassen und dann auch noch die eigene die Wälder ja nur die Schwänze wollen genau wie es aber gekürzt wird erlaubt ich bin ja auch keine Wälder noch zwei Ereignisse aber er wird auch noch einer würde aufreiten noch zwei stück in die startelf stellen die aufgabe komplett abzuschließen aber es reicht doch erstmal wenn er einen mitnehmen und wechselt dann ein und schießt dann vor und sich vor dann kommt es direkt bei der division spieler für grüne karte ganz lustig ich habe hier zuerst nicht erkannt sache ich dachte wollte mich greifen habe ich gar nicht gesehen ich bin einfach nur gelaufen ich soll jetzt kann sagen die zehn punkte machen locker kann schon meine fünf übernehmen jetzt wo du oben drauf bei den ganzen haufen wir stehen doch alle das ist die 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 was ich geil finde dann ist dass man als gut damit kannst du schock gehen nein ich bin ohne gefahr da wird der zweite dinge nicht mehr du schwul ist es gibt es gibt die Vereinigung der Kronen die Kronen die Stuttgart ein Ohr ein Tag in der Nähe der Schnellbewegung viele haben sich jetzt die Recher jetzt er kommt keine Zehner wie er er hat sich auch ab und okay ich habe sogar ausgerechnet er hat Wie viele hast du? Sechs. Das ist ein Vierzehn. Das heißt, bleiben wir noch sechs übrig. Wie viel hast du? Auch sechs. Hatste nicht? Wie geil. Gewalt bis ausgerichtet ist ja der Rest hab ich. Hab ich mir ewig gedacht? Ah, zwei. Oh, Mann. Lass mich. Ich mag das Vier nicht. Ich bin aus Valko, ja. So, dadurch, dass wir jetzt rechts stehen, ist es rechts auf jeden Fall schon mal nicht. Okay. Ah, wie immer. So. Oh. Schutzstärkung. Hallo. Boah, war es knapp. Was findest du lustig, ne? Ja, aber da war ja, aber klar. Das ist ein Feind nicht. Oh, nochmal, jo. Ohhooh. Tüüüüüüüüüüüüü. Das lässt mich der Festweidiot. ich habe schon einen safepunkt was geht los? nein jetzt habe ich einen safepunkt wir sind doch nur ein bisschen ausgemacht ja, nur ein bisschen ausgemacht ach, da ging es doch gar nicht weiter nee, da habe ich auch was gemerkt, da geht es nicht weiter da will ich gar nicht mehr hoch ah, jetzt wie geht es denn da weiter jetzt? danke fürs Gucken wer nichts gewinnt wäre ohne der Gefallen und Nummer rechts hoch ich wusste es ich habe es geahnt jetzt wird Steffen gleich zum Kugelfisch also was für ein Kugelfisch, das war echt brutal lustig ja, vor allen Dingen heute morgen die Spongebob, ne? also der Film und da ist ja das mit dieser Hütte Shell City wo sie dann mit der Krone ja haben da war dann auch so ein Kugelfisch da muss ich irgendwie direkt schon an gestern denken das ist Puff das ist Puff wenn die sich aufregen ne, ne, nicht Mrs. Puff irgendein anderer doch, das war doch Mrs. Puff ja, aber die meint sich ach so, in dem Film jetzt ach so, genau kennt ihr den Film? pff, hat sie ihn ja mal gesehen natürlich, die sind doch da es doch noch andere gibt, kenne ich sie nicht also ich weiß, ich kenne eigentlich da, wo sie in der Biker-Base sind ja, ja, genau das ist der okay ich bin ein Taube, ich müsste ja mal sein ja, bin ich auch so harte Jungs machen ja ich bin das Taube, 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 Taubernischen, yeah ja, mit den, mit den Seifenblasen ja ja und danach kam Werner ne I'm hot ne, eiskalt I'm hot nein nein eiskalt oh scheiße, ich schaff sie falsch Richtung ja würde ich auch mal behaupten dass sie das noch ergeben darf das ist nicht passiert mein Fernsehsausgang ja ja ha 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 noch seid ihr drin oh lass los du scheiß Opferkind als wenn es die in der die und die und die 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 jetzt haben wir auf jeden fall nein der rote halb alles nicht der der uns gerade schon da versucht hat runter zu schützen ja und jetzt für block party oder mich von ergreifen und dann habe ich kann man was so gedreht der schicksal das ganze ist ja ohne weg man ist der finale und dann noch ventilator ja ja das schaffe ich das ist welch geld nicht so ein problem der greifer ist bei mir greifern und weiter an den drei verbreiten 8 jährlich und wirtschaften wo scheiße aber wenn jetzt hier bei uns das gleich auch weg geht dann haben die problem wo er kann doch erst was ist das gelbe oder unser klausel Ok, euer Applaus geht. Nein, ich bin raus. Oh mein Gott, ich konnte nicht springen. Ich konnte nicht mehr springen. Oh ja, Piss. Boah. Also greife ich noch. Boah, was ist das? Was ist das? Wie viel Glück kann man denn haben, wirklich? Das ist viel zu langsam das Ding. So, danke. So, danke, platz mir gerade. Oh, echt. Echt.